und herzlich willkommen zurück heute zeige ich euch whatsapp web dafür geht ihr auf web.whatsapp.com und dann geht ihr euer Handy in whatsapp und geht auf die Funktion whatsappweb und als allererstes müsst ihr diesen QR-Code scannen, das mache ich mal kurz jetzt, genau, schon sieht man da ist whatsapp hier seht ihr jetzt natürlich nicht viel und dann könnt ihr halt so Funktionen nehmen, die ihr auch normalerweise habt, wie z.B. als neue Gruppe, Profil und Status usw Hilfe, Benachrichtigungen, z.B. für whatsapp, also für Windows dann halt so Sachen wie Hilfe und so Sachen, ok verstanden, so und Profil Status usw und ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen ihr könnt halt hier z.B. in einem Chat gehen und da Gott weiß was schreiben, wie z.B. dies ist ein Test und schon schickt das ab und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal, tschau Outro 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 Outro